Okay, okay. Da kommt einer. Ja, hallo, liebe Gefängnisfreunde, ich bin Zetenschi und wir spielen The Escapists. Und wenn ihr euch fragt, warum ich hier zufällig auf dem Essenstisch sitze und frühstücke, dann sei gesagt, schaut euch die letzte Folge an. So einfach ist das. So, wir suchen jetzt Utensilien zusammen, denn wir brauchen noch ein Schneidewerkzeug, was eigentlich dazu führt, dass wir eigentlich bloß noch eine Pfeile und ein Klebeband brauchen. Denn ein Klebeband habe ich jetzt nicht mehr. Wusste ja nicht, dass ich das nochmal brauchen werde. Und wir bräuchten eventuell, ähm, ja, vielleicht einen Schraubenzieher oder so. Das wäre nicht schlecht, mal sowas zu kriegen. Der verkauft das, äh, verkauft das nicht. Was ist mit dem hier? Verkaufst du nicht? Was ist günstiger? Die sind gleich teuer. Aber ich glaube, das Ding ist einfach cooler, nehme ich das. Nein. Nein. Ich kann es mir nicht leisten. Ich brauche das doch. Was habe ich noch? Finde ein Buch. Sleeping. Bottle of Medizin. Schade, ich brauche Geld. Oh. It's time to work. Dann können wir Geld machen. Schnell wegbringen. Die Pfeile. Oh, da ist ja noch der Dummy. Der Dummy. Oh. Oh Gott. Okay. Dann schnell Geld machen und, ähm. Aber ich glaube, ich werde das am Ende des Tages bezahlt, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Ich brauche auf jeden Fall Geld. Ja. So geht es natürlich auch. Ja, wir hätten es fast geschafft, das letzte Mal. Und ich bin ja echt Glück. Ich hatte Glück gehabt. Beziehungsweise würde ich einfach sagen, ist ein bisschen unglücklich vom Spiel so gemacht, dass man automatisch ins Krankenbett befördert wird, wenn man sein Leben verliert. Und dadurch habe ich es geschafft, der Festnahme zu entkommen und nicht in die Solitary zu wandern. Und das Geile dabei ist ja, dass die Mauern, die ich jetzt alle schon einmal aufgemacht habe, dass die immer noch angekratzt sind. Die sind jetzt alle auf 10 HP. Okay, das heißt, ich schaffe es jetzt theoretisch. Ah, wird ein bisschen schwierig, denn ich brauche noch eine Uniform. Aber ich schaffe es theoretisch, ähm, hier zu entkommen. Ich kann es schaffen. Aber eine Uniform wäre natürlich besser. Und ich habe jetzt Geld. Machst du das? Ja. Der verkauft es auch, aber teurer. Für 75. Na, egal. Jetzt brauche ich noch eine Pfeile und ein Klebeband. Da durchsuchen wir jetzt mal ein paar Zellen. In der Hoffnung. Hoffnung. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt, weil ich muss irgendwie schneiden können. Und das mit dem Schneiden geht halt mit einem Clip, mit einem Pfeilendingsbums sehr gut. Oh. Mich wieder erwischt. Mich was durchsucht habe heimlich. Nichts. Äh, das war falsch. Da wollte ich nicht hin. Aber ich habe mal gespült. Auch keine Pfeile, kein Klebeband, kein Nichts. Mein Nachbar vielleicht? Ah, das ist sowas. Damit kann man nur weaponsmäßig was machen. Also das Ding hat ja ein Cutting von zwei. Das andere Ding hat ein Cutting von drei. Und ich muss recht schnell cutten. Also wäre schon gut, das noch zu kriegen. Eine Uniform. Die schmeiße ich irgendwo mal hin. Den Schlüssel könnte ich ja vielleicht mal mitnehmen. Vielleicht funktioniert der ja tatsächlich. Das wäre echt lustig. Aber das ist jetzt gar nicht mehr so relevant, das Ding. Was ich eher bräuchte ist wirklich... Hä, wo ist denn mein... Ach da. Die habe ich ja hier. Das Ding brauche ich auf jeden Fall. Moment, wir machen das mal so, dass es auch schön unten sortiert ist. Und das brauche ich auf jeden Fall, um durch die Mauern zu kommen. Die aber kein Hindernis mehr sein sollten. Ich nehme da noch einen Plastiklöffel mit oder so. Oder eine Plastikgabel. Was ich eher bräuchte, wäre eigentlich wirklich noch eine Pfeile und ein Klebeband. Vielleicht haben wir Glück. Und eine Uniform. Und eine Uniform zu kriegen, das wird schwer. Außer ich versuche noch, ähm, Dings zu machen. Ein Schokotrink. Ich schaue nochmal ganz schnell nochmal in meine Zelle nach, ob ich mir einen Schokotrink machen kann. Dann könnte ich einen Werter, der die Uniform klauen. Schokolade habe ich. Das habe ich. Ich brauche noch Feuerzeug. Okay. Dann suchen wir jetzt nebenbei auch noch nach einem Feuerzeug. Habe ich den hier oder den soll ich sucht? Äh. Na, kein Feuerzeug. Ich glaube, ich hatte den durchsucht. Komm, noch ein Feuerzeug. Wir kaufen gar nicht mehr leider nichts. Das ist problematisch. Eine Batterie. Ja. Das bringt mir nicht so viel. Damit ich mir noch eine Werteruniform klauen kann. Ah, ein Feuerzeug. Habe ich ein Schwein. Ich habe so ein Schwein. Ja, nur eine Pfeile fehlt. Das ist jetzt, äh, undröktig. Würde ich sagen. So. Dann haue ich mal jemanden. Hier. Krimi. Du bist jetzt mein Opfer. Bam. Der hat einen Stuff-Key. Äh. Der hätte einen Stuff-Key gehabt. Blöd. Ja, wie gesagt. Ich hätte wirklich mehreren auf den Kopf hauen müssen. Warte mal. Habe ich nicht noch Putti oder sowas? Ich versuche mal ganz schnell zu sein. Okay. Ich habe Talcum. Tufpaste. Daraus kann ich schnell. Schnell zurück. Schnell zurück. Schnell zurück. Feuerzeug. Hä, hä, hä. Ich bräuchte noch ein Feuerzeug, um das Plastik zu schmelzen. Aber theoretisch hätte ich jetzt ein Stuff-Key. Und dann könnte ich sonst wohin gehen damit. Dann könnte ich einfach die Generator einfach aufmachen. Aber eigentlich, Leute, brauche ich es nicht mehr. Das ist ganz klar. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Was ich aber brauche wäre... Schneiden. Ich weiß nicht, ob der da durchkommt. Wenn der genauso viel schneidet wie... Ne, der macht ja bis eins. Der hat also acht. Der macht also acht Cutting. Das wird nicht reichen, acht Cutting. Ich bräuchte noch irgendwas... Ich könnte es mit einem Plastiklöffel noch versuchen, ähm, den Rest des Zaunes aufzu... Oh, der hat mich noch erkannt. Ja, okay. Ich könnte wirklich versuchen, noch mit einem Plastiklöffel irgendwie noch zu schneiden. Oder gar einen Plastiklöffel. Mann, mit einem Löffel schneiden. Ich bin total verwirrt damit hier, mit den Plastikdingern. Ich nehme einfach mal ein paar mit. Vielleicht ein bisschen übertrieben viel. Aber ich weiß gerade nicht genau, wie viel ich mitnehmen muss nachher. Okay. Nein! Komm. Hier, ich arbeite. Geht das jetzt runter? Ja. Ähm, ja. Das wird interessant. Puh. Weil das hier sollte schon noch runtergehen. Das wäre... Oh, wehe. Die durchsuchen jetzt meine Zelle am Abend. Oh, das wäre richtig kacke. Weil dann kann ich nicht ausbrechen. Jetzt habe ich Freizeit. Mache ich halt das, was ich halt freizeittechnisch so mache. Ich gehe hier rein. Und gucke einfach mal. Also, pass auf. Was ich mitnehmen werde. Ich mache mal kurz meine ganze Ausrüstung. Das nehme ich mit. Das Ding ziehe ich an. Habe also noch einen Slot frei. Ja. Ich habe einen Plastik-Utility-Key. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Kann aber sein. Was ich brauche auf jeden Fall ist, ähm... Das hier. Das für die Wand. Da habe ich eigentlich wirklich noch einen Haufen Platz. Und weil ich Angst habe, dass ich nicht durch den Zaun komme, nehme ich wahrscheinlich das hier mit. Aber ich habe echt einen Stuff-Key-Mold, ne? Also, im Prinzip ist es wirklich so, man muss einen Haufen Schokobecher haben. Wenn wir die K.O. hauen und dann Schlüssel anfertigen, dann wäre ich wahrscheinlich auch so rausgekommen. Aber dadurch, dass ich jetzt kein Feuerzeug mehr finden kann... Ähm... Moment mal. Ich weiß gar nicht. Kann ich die hier wirklich nicht finden? Habe ich die eine Zelle hier eigentlich schon durchsucht? Die hier. Vielleicht finden wir ja zufällig ein Feuerzeug. Nein. Und... Nein. Schade. Hätte ja sein können. Wäre cool gewesen. Oder wenigstens eine Pfeile. Wäre auch cool gewesen. Egal. Ist nicht so schlimm. Habe ich die hier drüben durchsucht? Ich bin mir gar nicht so sicher. Mal schnell schauen. Ja, ich denke schon, dass ich die durchsucht habe. Aber egal. Ich habe eh gerade nichts zu tun. Okay. Na gut, dann versuchen wir es trotzdem. Also den Schlüssel könnte ich mitnehmen, weil so viel Löffel bräuchte er, so Gabeln brauche ich nicht. Was ich nehme ist, ich brauche das und das. Dann nehme ich ja im Prinzip nicht mit. Ja. Sehr schön. Dann warten wir jetzt eigentlich bloß noch ab. Schmeiß das hier noch schnell rein. Und ich hoffe, dass die meine Zelle nicht durchsuchen. Das wäre doof. Lalalala, Freizeit, Freizeit, Freizeit. Das ist toll. Was verkaufst du denn, du Schönes? Ach, ein Guardoutfit. Aber egal. Habe ich mir selbst besorgt. Bisschen rumlaufen. Und gleich gibt es ja wahrscheinlich dann nochmal Arbeit. Das ist natürlich doof, ne? Das wäre jetzt aber auf jeden Fall müsste jetzt hier Zehnerwand sein. Da ist eine Zehnerwand. Und bei mir, ähm, Dings ist, ah, da kann ich doch schon mal Vorarbeit leisten. Das habe ich gar nicht dran gedacht. Ich kann schon mal Vorarbeit leisten. So, dann sind jetzt hier sechs, glaube ich. Und jetzt sind zwei. Da unten kann ich euch auch Vorarbeit leisten. Dann ist nämlich nachher Shower Time. Und mit dem Shower Time könnte ich nämlich dann so, weil dann brauche ich da ein bisschen weniger Kraft. Guck mal, wie viel Kraft ich jetzt schon gebraucht habe für die Dinger. Jetzt hier noch am besten. Ich weiß nicht, ob der mich sieht. Ich hoffe nicht. Nö, der sieht mich nicht. Also guckt der gerade weg. Okay. Gut, dann haben wir hier alles vorbereitet. Zwei, zwei und zwei. Das heißt, hier komme ich auch mit dem Plastikfork lustig durch. Aber ich nehme trotzdem meine Grover einfach. Dann gehe ich da durch. Da, 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 da. Da komme ich dann von hinten rein. Und dann säbel ich weiter. Jetzt noch ein bisschen erholen. Ist ja auch nicht so schwierig. Ein bisschen am Essen rumessen so. Guck mal, Officer. Ist jetzt ganz dicht neben dir. Officer Kayano und Sendrick. Und wie sie alle heißen hier. Olekna kommt noch ein. Oh, das war so schade in der letzten Folge. Oh, ich hätte es gerne geschafft. Ich hätte es gerne geschafft. Das ist ja... Ich sitze ja gerade... Ich habe ja direkt jetzt danach noch aufgenommen jetzt. Ah. Das ärgert mich noch ein bisschen. Ich hätte es echt schaffen können. Ich habe die Türen komplett vergessen. Also ich werde mal den Schlüssel mitnehmen. Und gucken, ob der Schlüssel überhaupt für die Tür gegangen wäre. Aber wahrscheinlich wäre das gegangen. Hm. Hahaha. Okay. Yeah. Ich muss arbeiten. Nyaaum. Ah, fuck. Ein bisschen dagegen geknallt. Äh. Schmeiß ich weg. Schmeiß ich weg. Und dann säbeln wir uns ganz schnell. Wir haben eine Hose. Na. Ganz schnell noch ein Hemd. Und das machen wir jetzt nochmal. Einfach weil wir da voll Bock drauf haben. Klick, klick, klick. Ne. Diesmal war es ein Hemd und ein Hut. Sehr geil, wenn man sich so verkleiden könnte als Zivilist. Ich bin nur ein Besucher. Ah, schade, dass man gar keine Besucher empfängt. Wäre cool gewesen, wenn man... Weil da gibt es ja so einen Besuchertisch. Zumindest, äh, gab es das im alten Gefängnis. Hier gibt es... Hier scheint es nicht so zu sein. Aber im alten Gefängnis, da gab es so einen Besuchertisch. Wäre cool, wenn man da irgendwie sowas empfangen würde. So, fertig. Oh, vielleicht soll ich nochmal mein Messer mitnehmen. Danke. Brauche ich zum Schneiden nachher. Puh, das Problem ist natürlich, dass die immer wieder den Generator anmachen. Das könnte problematisch werden. Aber ansonsten ist das okay. Meine Puppe habe ich auch noch. Ach, ey, dann bin ich frei. Hoffe ich, dass ich es schaffe. Die Tür, ich wusste gar nicht, dass die überhaupt, äh, dass sie überhaupt Zellendinger hat, ne? Weil man sieht ja auch nichts davon, dass sie zugeschlossen sind. Ich hatte ja noch eine Pfeile oder Klebeband oder irgendwas. Der hat eine Pfeile? Ja, es ist zwar kein... Ja, oh, warte mal einen Moment. Nein! Shit, 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 shit. Dann nehme ich es noch schnell mit. Sonst bringt es ja... Soll ich mich sinnlos beraten? Ja, ich habe jetzt zwar kein Klebeband mehr, zumindest glaube ich das, aber ich kann die Messer theoretisch weglassen. Habe ich ein Klebeband? Ach, jetzt habe ich kein Klebeband, Mann. Hast du ein Klebeband? Mein Nachbar muss noch ein Klebeband haben. Schade. Vielleicht, wahrscheinlich verkauft hier irgendjemand Klebeband. Nur ein bisschen doof, dass ich mir das, ähm, wahrscheinlich dann nicht leisten kann. Nein, kein Klebeband. Ist noch einer, der was verkauft? Sieht nicht so aus. Was ist denn hier da worden? Wenn ich den niederstrecken würde, mit einem Becher, dann würde ich von dem bestimmt diesen Schlüssel kriegen. Diesen kompletten Ausgangsschlüssel. Hätte ich einfach rausmarschieren können. Aber naja, man kann ja nicht alles einfach so machen. Geht ja nicht. Verkauft denn hier niemand mehr was? Was ist los mit euch? Der verkauft was. Ach, der war ich ja schon. Vielleicht hat er was geändert. Na, der hat seine Ware tatsächlich geändert. Aber leider nicht das, was ich möchte. Die kloppen sich schon wieder. So. Noch hier hat er was verkauft. Tatsächlich nicht? Puh. Ja. So ist das im Knast. Die Zeit vergeht einfach nicht. Vor allem, wenn man weiß, dass man bald ausbrechen wird. Zumindest versuche ich es nochmal. Ob ich es schaffe. Oh. Was ist denn mit dem? Das kommt ja zu mir gerannt und quatsch mit mir. Was würdest du von mir, hä? Nur weil ich nackig bin. Ich weiß, dass ich schön bin. Na und? Geh weg. Für dich hebe ich die Seife nicht auf. Und bitte durchsucht jetzt nicht meine Zelle. Weil dann traue ich mich wieder nicht auszubrechen, weil es dann nachts ist. Ach, das wäre jetzt nicht schön. Ich verstecke mich hier in der Masse. Verkauft jetzt vielleicht doch nochmal schnell was anderes? Nein. Kein Klebeband für den Tenshi, aber dafür haben wir zwei Pfeilen. Und mit denen komme ich dann so ein bisschen schneller durch, als wenn ich dann mit dem Messer noch rumhantieren muss. Aber ich werde vorsichtig aber noch ein Messer und eine Gabel mitnehmen. Man kann nie wissen. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Ich gehe davon aus, dass die meine Zelle nicht durchsuchen. Ich habe nicht aufgepasst. Oh mein Gott. Ich bin so ein Noob. Weil ich die ganze Zeit gequatscht habe und das euch erklären wollte. Oh. Huch. Boah. Okay, Leute. Passt auf. Was ich alles brauche. Ich brauche die Uniform. Die ziehe ich an. Äh. Ja, Moment mal. Ja, doch. Es ist ein bisschen früh, jetzt die Uniform schon anzuziehen. Das fällt ein bisschen auf. Ich muss die später anziehen. Aber was ich brauche, ist die Puppe. Ich, also die Puppe. Das. Das. Eine zweite Pfeile. Crowbar. So, die. Habe ich die Uniform. Äh. Ach komm. Ich lege den Dummy da schon mal rein. So. Kann ich jetzt meinen Plastikfork nehmen. Mach dann da auf. So, die Eins sollte dann frei werden eigentlich. Das heißt, ich werde mich doch schon umziehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich fand das jetzt alles so böse, wenn die jetzt hier reinkommen würden. Hätte ich echt die Arschkarte so. Okay. Okay, okay. Nein. Los geht's, los geht's, los geht's. Komm mal rein da. Ich muss nur noch runterkommen. Ich würde eigentlich den Schlüssel mitnehmen. Aber egal. Das ist eine Wache. Das ist auch eine. Okay. Okay, okay. Da kommt einer. Okay, okay, okay. Da kommt schon wieder einer. Egal. Schnell rein. Ich bin jetzt drin. Jetzt kommt die Crowbar. Okay. Kann ich die jetzt noch umrücken irgendwie? Nee. Okay. Auf zum Generator. Von hinten rein. Ich wollte auch noch ein Messer mitnehmen. Ich habe kein Messer mitgenommen. Nein. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Dammit. Oh. Weil jetzt werden die ganz schnell wieder anmachen. Dann werde ich mit euch. Ich kriege. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich den Generator anmachen. Da kommt gerade einer. Mach den Generator nicht an. Komm, 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 komm. Eine Pfeile reicht ja. Eine hat gereicht. Uhuhuhu. Ich bin weg. Ich bin abgehauen. Einfach weggerannt. Wee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Score 700. Ja, weil ich Arfetch Gugartit hochgezogen habe. Boah, Leute. Ich habe es geschafft. Ich bin durch. Ich habe es geschafft. Ich bin ausgebrochen. Stalag-Flucht. Stalag-Flucht. Okay. Bis auf die Pleite in der letzten Folge, wo ich wirklich vergessen habe, diese Türen vergessen habe. Dann werde ich jetzt schon in der Tag 18 abgehauen. Aber naja. Dann kommt ihr an das nächste Gefängnis. Das wird ein bisschen schwerer, nehme ich an. Und was man eigentlich auch noch machen müsste, ist darauf achten, dass man keinen Heat hat. Also man muss sich wirklich immer streng an die Regeln halten, damit das nicht hochgeht. Da kriegt man wahrscheinlich auch mehr Punkte am Ende und wie schnell man halt ist. Aber naja. Huh. Geil. Einfach nur geil. Ich freue mich. Und ich schaue mal kurz, was wäre denn das nächste Gefängnis. Das wäre. Ich mache mal kurz so Continuum. Ist ja egal. Den haben wir gemacht. Den haben wir gemacht. Und dann kommt Motorweight. Und hier haben wir auch schon Jungle. Gibt es auch noch. Hm. Jungle. Das klingt natürlich cool. Dschungel oder Schengton State Pen. Hier gibt es einen Haufen Leute anscheinend. Ziemlich viele Leute, so wie das aussieht. Oder das. Ich glaube, ich werde das hier erstmal nehmen. Und hier. Ach, Custom gibt es auch noch. Ach du Scheiße. Ihr könnt jetzt, wie man sieht, könnt ihr jetzt gerne schreiben, unten drunter schreiben, wer von euch gerne ein Gefangener sein möchte. Und wer von euch gerne ein Officer sein möchte. Ich gehe dann, ich drücke dann einfach nach, ähm, nach Zeit sortieren. Die Kommentare nach Zeit sortieren. Und der Erste, der das halt geschrieben hat, zumindest laut der Sortierung, ähm, der kriegt das dann. Den schreibe ich dann rein. Hier bei Officer und so. Ähm, ja. Ja, aber wie gesagt, schreibt rein, ob ihr Officer oder Gefangener sein wollt. Oder ob ihr beide sein wollt. Gibt ja vielleicht welche, die wollen, ähm, nur Gefangener sein oder nur Officer. Da schauen wir mal. Aber guck mal, wie viel es hier drin gibt. Das wird ja richtig krass. Weil auch so viele Gefangener, so viele, äh, Officer. Das ist ja krass. Ja, cool. Ähm, sagt da Bescheid. Und dann machen wir das. Ähm, und ja, mir ist jetzt egal, welche Hautfarbe und so. Ich werde euch dann einfach die Reihenfolge nach einfach hier irgendwie benennen oder so. Werden wir sehen. Gut, dann aber bis dahin warte ich jetzt noch. Das heißt, ähm, morgen gibt es keine Folge. Sondern erst dann übermorgen wieder. Oder über, übermorgen. Je nachdem, wie viele Kommentare sich dann schon einbefunden haben und so. Werden wir ja dann sehen. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenshi-Jäger von Synops-Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Gefängnis. Bis dann. Tschüssi. Juuuuh.